Servus Freunde, wir sind im Baumwollofen und wir haben den Boss Quendel, die Unverbrannte. Bei ihr müsst ihr ganz, ganz, ganz genau darauf achten, dass ihr auf die linke Hand schießt, während ihr die Bombe in die Hand nehmt. Dann kriegt ihr auch Brandschaden und ihr macht den meisten Damage. Die Mobs kann man eigentlich ignorieren, außer sie kommen zu nah. Und den Bomben muss man auf jeden Fall ausweichen. Ansonsten ist Quendel eigentlich nicht so anspruchsvoll. Abonnieren und Like nicht vergessen. Viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein. Ciao. Auf Wiedersehen.